Okay, wie kriegen wir den Ball aus der Ecke raus? Einfach gegen fahren. Oh Gott! Wow, 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 nein! Ja! Nein! Nein, Möbel! Ah, Mann! Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Ja, ha, ha, ha! Schönen Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist lieber der... Was? Lieber der... Lieber? Wer... Warte mal. Wer ist lieber dabei? Ja, es wäre mir lieber, wenn wer anders dabei ist. Mit dabei ist heute Askation. Schön, dass du Zeit hast, Tobi. Würdest du dich vielleicht ganz kurz ready machen, damit wir sofort anfangen können, Tobi? Nimm doch den lieber mit, den du gerade gesagt hast. Ja, es hat ja kein anderer Zeit. Leute, wir spielen heute eine Runde Rocket League in Fortnite. Dazu müssen wir in Pleasant Park landen, meine Freunde. Erstmal ein kleines Stadion bauen und dann versuchen wir mal Rocket League in Fortnite nachzustellen. Rocket League kennt der eine oder andere bestimmt. Das ist ja dieses Game, wo man mit den Autos quasi ein wenig Fußball spielt, beziehungsweise so eine Art von Fußball. Fußball kann man es eigentlich nicht nennen, weil letztendlich ist es ja kein Fußball, sondern mehr Reifenball. Ich würde sagen, Tobi, wir fliegen zum Fußballfeld nach Pleasant Park, sammeln erstmal eine Menge, Menge Materialien, damit wir die Arena bauen können. Dann brauchen wir zwei Golf Cards, ein paar Bounce Pads und dann können wir auch theoretisch schon sofort anfangen mit einer richtig geilen Partie Rocket League in Fortnite, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einmal wieder, wenn wir das ganze Ding aufgebaut haben, beziehungsweise wir gerade im Prozess des Bauen sind. Wir brauchen eine Menge Bounce Pads. Da vorne der Automat hat sogar Bounce Pads. Das hättest du gar nicht suchen müssen. Loser! Hey, hier dürfen keine Bäume im Stadion sein, aber ganz schnell raus, Kollege. Das haben wir auch gesagt beim Einlassen. Ja, Bäume dürfen nicht rein. Ah, der Tiersteher, der war wieder ein bisschen betrunken. Dem seine Frau ist ja ein Baum, deshalb hat er den reingelassen. Leute, ich würde sagen, bevor es hier weiter mit dem Crab Talk geht, gibt es eine kurze Timeless, weil das kann sich echt keine Ahnung, bis gleich. Okay, Kinders, unser Rocket League Stadion ist endlich fertig. Ja, Mann. Das heißt Rocket, oder? Rocket. Bist du bereit für eine geile Runde Rocket League? Ja, ich gehe jetzt erstmal essen. Was? Nein! Es war Spaß. Auf geht's. Oh, nice. Auf geht's mit einer Runde Rocket League, Tobi. Jeder ging sein Tor. Warte, 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 warte. Genau hinter seine Linie. Beim 16er. Okay, 3, 2, 1 und go. Das geht doch mega gut, Alter. Nein. Nice, nice, nice. Nein! 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 Okay, wir kriegen wir den Ball aus der Ecke raus. Einfach gegenfahren. Oh Gott. Nein! Ja! Nein! Nein, Jürgen! Ja, Mann. Alter, was ein Schuss. Warte mal. Geh weg! Nein! Nein! Die haben so einen kacken Ende, Kai. Der Ball hilft dir auch davon ab. Ja, ja, ja! Komm schon! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! Boah! Hör, du bist hin. Hier ist der Ball. Oh! Oh ja, jetzt ist meine Chance. Nein! Oh mein Gott, warte mal, ich liege am Kopf, ich liege am Kopf. Aufhören! Aufhören! Foul! Foul-Spiel! Hallo! Was? Das ist Foul-Spiel gewesen, Tobi. Dinger, du hast dich umgedreht. Ja, wenn man auf dem Kopf liegt, dann ist es ja nicht mein Problem. Oh! Oh! Und! Oh nein! Wo ist der Ball? Ich sehe ihn da oben. Hä, wo? Nee, Spaß, hier. Nein! René getriftet. Nein, ich auch! Tschüss! Nein! Boom! Ja, Mann! Hey, warte, stopp! Das ist unfair. Das war unfair. Oh, Juni! 4 zu 2 im Moment. Nein! Nein! Boah! Dinger, was? Ah! Au! Au! Aua! Wo bist du? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ich habe fast ein Eigentor gemacht! Raus ist aus der Ecke, du Schottball! Weg da! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der liegt da. Hey, ich kicke den hier nicht aus... Ah! Ich kicke ihn nicht aus der Ecke raus! Nein! Okay. Weg. Nein! Das kann doch nicht sein! Boah, Dinger, das Ding ist so langsam, diese Golf-Cards. Ja! Nein, 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 nein! Yes! Yes! Das ist so... Wenn du einmal daneben gefahren bist, dann musst du erst mal 5 Stunden wenden. Okay, Eckball, Eckball, Eckball. Nein! Nein, 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 nein! Nein, bitte nicht! Yes! Yes! Der ist noch nicht, oder? Doch, der war schon drin. Verdammt. Dinger, wir müssen mal Gas geben hier. Oh, oh! Ja, ja, ja! Alter! Nein! Oh, jetzt hole ich auf, jetzt hole ich auf, jetzt hole ich auf. Boom! Ja, ja, über die Bande, über die Bande, Junge! Oh mein Gott, drei Tore hintereinander. Hä? Was? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! AAAAAAAAAT! 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 Hallo! Hallo! Was? Wo hab ich die Impulse jetzt hier? AAAAAAAAAT! AAAAAAAAAT! Ich will die Seitenwechsel diesmal, weil es lag an der Seite. Ja, stimmt, glaub ich auch, glaub ich auch. Okay, Bro, warte. Oh mein Gott, Digga. Ey, Leute, Rocket League in Fortnite. Hör jetzt mal auf! Ich hab nie, ich sitze in meinem Auto. Wer war das dann? Wo mein Kind? Hallo? Da, guck mal, guck mal. Hallo, hier ist ein Hacker. Hallo? Ich hab ihn... Ein sichtbarer Hacker? Da vorne auf der Sonne, ich seh sein Gesicht. Ist tot, ist tot. Alles gut. Sehr gut editiert, Thomas. Diesmal ein bisschen fünf, ne? Eins und go. Hallo? Das war's nicht. Boah, das wär so krass gewesen. Oh, Digga, was? Wie schnell warst du? Ich hab das Bouncepad benutzt, Alter. Man kann die auch taktisch spielen, die Dinger. Kann man nicht. Hallo? Oh, du warst getunnelt. Ich hab dich getunnelt. Hast du gar nicht. Doch, der ist durch deinen Eifel gegangen. Ja, aber was ist das jetzt? Ein Tor? Ein Tor ist es! Das ist ein Tor! Hattrick, nein! Patrick! Was? Nein! Okay, schnell zurück zum Ball. Schnell zurück zum Ball. Und hier ist die Ecke raus, wenn das Ding. Ganz sachte hier. Schön mit der... Ich versau dir alles. Ähm, also eigentlich... Nein! Was, du hast ein Tor geschossen? Hä? Ja! Ich hab ein Tor geschossen. 1-0. 1-0, ab jetzt. 1-0, ab jetzt. Oh nein, Digga, über die Bande. Oh mein Gott! Alter, wie ich den geblockt hab! Ja! Ja! Rückwärts fahren. Nein! Wo ist der Ball? Hä? Ach, da! Geh weg! Nein, ich wollte dich umreden. Geh da weg! Boah! Verdammt, das war... Das war ein Fehler. Nein! Ich hab dich getroffen! Ich auch nicht. Oh Gott! Weg da! Oh! Langsam, Kollege. Ha! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich hab mich erwischt. Oh! Danke, ich bin jetzt die Tor. Nein! Nein! Oh! Oh, was? Oh, was? Okay, weiter, weiter, weiter. Hey! Oh! Was? Oh, aufhande! Oh, tschüss! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Tschüss, tschüss, tschüss! Komm! Oh! Nein! Ach, Mann, diese Bouncepads. Oh! Hier, guck mal, aber ich will! Hilfe! Hilfe! Lass mich hier! Nein! Nein, ich bin daneben gefahren! Nein! Ja! Bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm! Ja! Oh! Yes, 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 yes! Das war so ein guter Schuss! Hör doch mal auf, mich reinzufahren jetzt, Alter! Tschüss! Ah! Oh! Nein! Nein! Ja! Boah, Digga, hat das lang gedauert, Alter! 1-0 erst! Okay, chill mal ganz kurz! Warte, warte, warte! Ich kann nicht aufhören! Es hört nicht auf, es hört nicht auf! Was soll ich machen? Okay, jetzt! Alles gut, alles gut! Und los! Ja, und wer? Ja, ich hab mich, ich hab mich berührt, alles gut! Ich war fair! Ich war fairen, Mann! Der Ball ist einfach gar vielleicht woanders! Achso, warte mal, ich dachte, der Ball ist zwischen uns! Oh! Oh! Der war voll hoch, der Schuss! Was? Du hast dich voll hoch geschossen! Nein! Das ist doch, es gibt doch keinen Jungen mehr! Ja! Nein! Ja! Ja, Vorlage! Oh! Ich hab ihn! Hä? Hast du nicht! Du gehst auf die Wande! Nein! Ich geh auf die Wande! Nein! Hör auf! Hallo! Nein! Bitte, ich will ein Tor! Nein! Kann ich dir nicht erlauben! Hey! Nein! Oh mein Gott, dieses Bounce-Pads! 2 zu 0! 2 zu 1! Hä? Oh! Nein! Ich hatte freie Bahn! Ich hatte freie Bahn, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Wo ist der Ball? Da! Ich hab ihn gehalten! Oh! Oh! Tschüss! Was ist denn das? Was ist denn das? Verdammt, Alter! Ich will ihn weghaben, aber du kriegst ihn aus dem Eck nicht aus! Oh! Oh! Nein! Als ob du den gehalten hast, Junge! Diese Ecke ist so eklig, Alter! Wieso? Du musst dir dagegen haben, guck, jetzt ist er hier. Jetzt kannst du so, zack, und jetzt geht's hier in deine Richtung hier. Nein, geht's nicht. Oh! 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 Ich hasse das, Alter! Boah! Pfosten! Wo ist der Ball? Nein, der liegt auf meinem Tor! Hör auf, bitte! Das ist eh an uns. Au! Ja! Nein, nein, nein! Ja! 5-5! Okay, Tobi, nächstes Tor entscheidet, würde ich sagen, ja? Okay. Oh! 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 Digga, ich kann dich verbremsen! Jetzt! Oh, ja, das ist meine Chance, das ist meine Chance! Komm schon! Komm schon, Balli! Balli! Nein, Balli! Was heißt jetzt? Michael Ballack! Michael Ball! Oh! Oh! Nein! Hör auf! Oh! 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 Nein! 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 Wo kommst du her, Junge? Was tust du? Was ist dein Lebensinhalt? Ich kann nich mehr! Digga, ich kann nich mehr! Ja, ja, ja! Das war so knapp! Ja, 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 ja! Au! Nein! Oh mein Gott! Ja! Yeah! Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Was für ein Tor, Leute! Ich hab dich einfach überfahren! Hallo? Tobi? Ja! Leute, was für ein krank geiler Spielmodus, Leute. Oh mein fucking Gott, Leute. Oh mein fucking Gott, Leute. Also es hat so Bock gemacht. Leute, das war's für diese wunderschönen Videos. Schaut auf jeden Fall beim lieben Herrn Ascension vorbei. Da gibt es auf jeden Fall noch weiteren Contents. Die Facecam ist gerade auch rausgegangen. Das passt ja perfekt, denn das Video ist jetzt auch vorbei. Leute, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Vielen Dank fürs Mitmachen, Bruder. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und wenn ihr noch eine weitere Folge davon sein wollt, meine Freunde, oder wir das mal sogar mit Zuschauern machen, die im Publikum sitzen. Heute Abend zum Beispiel im Stream können wir das eigentlich ganz gut machen. Mit 2 gegen 2. Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Habe ich ja schon mal gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.